Hallo Leute, bei mir soll es heute um das Thema Stalker 2 gehen. Ich wollte das Ganze eigentlich gar nicht in der Form machen. Ich habe aber festgestellt, ich habe jetzt ein paar Stunden in der Zone verbracht. Und ja, wie soll ich sagen, es gibt einfach so Dinge, die ich glaube ich einfach mal laut aussprechen muss. So auch für mich, um das besser zu verarbeiten, je nachdem wie man das sehen will. Ich habe mich, wie wir alle, extrem gefreut auf das, was uns da bevorstand. Wir wussten vermutlich auch alle, dass das ein gewisses Risiko birgt. Aber dass es so krass wird, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich meine jetzt nicht mal technische Mängel in dem Spiel. Die betreffen mich persönlich gar nicht, also fast gar nicht. Natürlich habe ich einen Ruckler, ab und zu mal gucke ich mir hier ein Daumenkino an oder was nach einem Laden. Aber weil es mich nicht betrifft, stört es mich nicht weiter. Ich weiß, dass es Leute da draußen gibt und die tun mir richtig leid, wo das Spiel nicht mal startet. Oder die fünf Minuten spielen und dann ist das Erlebnis beendet. Für euch da draußen gibt es ja sicherlich, oder ist Hoffnung in Sicht. Ja, so wie ich das vernommen habe aus den Patch-Notizen, die angekündigt sind. Und werden diese Probleme, was auch logisch ist, zuerst angegangen, finde ich richtig gut. Aber es steht ja viel mehr ins Haus. Ja, für mich ist ja Stalker, ich weiß nicht, ich habe ja so viel gemoddet die letzten Jahre. Ich habe ja so viel mit euch Videos gemacht. Und dadurch leide ich natürlich unter einem extremen Qualitätslevel. Ist mir bewusst. Aber ich weiß nicht, wie ich mich da richtig ausdrücken soll. Ich meine, ich weiß, Stalker 2 hat eine schwere Entwicklungsgeschichte. Dieses Team hat ja nur echt ein Päckchen zu tragen gehabt. Keine Frage. Und dass wir das Spiel bekommen haben letztendlich, grenzt ja schon so ein bisschen an Wunder. Aber trotzdem stellen sich für mich hier ganz viele Fragen. Ja, also du hast ja nur, du hättest ja die Möglichkeit gehabt, bin ich mir ziemlich sicher, dass man die Modder, die sich ja die letzten Jahre mit den ersten Teilen beschäftigt haben, dass man die hätte ansprechen können. Ja, ich meine, einen viel größeren Fundus an Erfahrung, einfach auch schon aus der Community heraus, hättest du gar nicht haben können. Was das Design angeht, die wissen ja auch, was die richtigen Fans oder einen Großteil der Spielerschaft da erwartet und will. Na, ich hab zwischendurch so das Gefühl, hier wurden Sachen komplett vergessen, außer Acht gelassen, so ganz krasse Sachen oder auch beim Testen hinterher, dass da manche Sachen nicht aufgefallen sind. Und da, da denke ich dann aber schon wieder ein bisschen in die andere Richtung, habe ich das Gefühl, dass denen die Pistole auf die Brust gesetzt wurde nach etlichen Verschiebungen und dass es jetzt hieß, äh Leute, das muss jetzt raus. So ein bisschen wie beim ersten Teil damals, ne, wo dann etliches rausgeschnitten und angepasst wurde, Hauptsache, dass die Kiste irgendwann mal auf den Markt kommt. Und so fühlt sich das ja auch an. Aber, ein bisschen schlimmer irgendwie noch. Mein größtes Problem ist zum Beispiel, dass ich keine Mutanten looten kann, also die nicht wegfleischern kann. Das, das gibt, gab es schon im ersten Teil und, äh, die Gamma-Mods und was es nicht alles gibt, die haben das ja so richtig schön auf die Spitze getrieben. Das Zerlegen von Mutanten, das war für mich, äh, fast die größte Einnahmequelle und auch ein Teil, großer Teil meines Spielspaßes. Richtig schwere Mutanten zu jagen, immer besser im Zerlegen werden, um immer mehr wertvolle Teile daraus zu holen, um sie entweder Forschern zu verkaufen oder Sammlern oder einfach nur so zu verkaufen, die Sache an Händler. Das war eine Einnahmequelle für mich. Da habe ich fast meinen ganzen Stalker mitfinanziert. Oder gerade zu Beginn war das geil. Und jetzt, äh, kommen mir Mutanten entgegen oder ich soll sie jagen per Quest, pumpt da tonnenweise Munition rein, weil die einfach viel zu viel Lebensenergie haben. Dann kann ich die nicht zerlegen und habe einfach nur ein krasses Minusgeschäft gemacht, weil der, weil die Aufgabe letztendlich auch kein Geld ausspuckt. Also extrem wenig. Und das ist so unbefriedigend. Das, ich, das macht mir das so krass kaputt. Und die haben so schöne Mutantendesigns erstellt. Ich finde das so, das sieht so großartig aus. Das Spiel hat natürlich auch Stärken. Ja, das will ich hier gar nicht niederreden. Es sieht klasse aus, das Sounddesign. Das, das ist on point. Ja, das ist klasse. Aber dann habe ich so diese Tiere, mit denen ich nichts weitermachen kann. Und ich, wie ich gebetet habe, dass mir das irgendwann einer beibringt, dass ich Tiere auseinandernehmen kann, ja. Aber es geschah einfach nicht. Und dazu gibt es ja auch keine Enzyklopädie-Einträge. Das gab es ja damals auch. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne und viel in Videospielen liest. Aber diese Einträge habe ich mir immer durchgelesen. Zu den Mutanten auf jeden Fall. Weil ich das irre interessant fand, woraus die ursprünglich entstanden sein sollen. So, was die für Stärken haben. Wo die so lauern. So ein bisschen wie bei The Witcher. Ja, das hatte so dasselbe Prinzip. Und das ist hier weg. Ich habe in irgendeinem Dorf, ist mir irgendeine abgefahrene Katze über den Weg gelaufen, die mich richtig massakriert hat. Ja, und dann habe ich die erschossen. Und ich wusste nicht, was ich erlegt habe. Ich habe wieder einen Eintrag bekommen und ich kann sie ja nicht auseinandernehmen. Und das Schlimmste, ich konnte mir das Modell nicht mal angucken, weil dann das A-Life-System gesagt hat, ich setze dir jetzt wieder drei, vier Soldaten in den Nacken. Und da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf, ne. So, dass ich die Situation dann letztendlich verlassen habe. Ja, und das A-Life-System, auch gerade angesprochen. Also, Mann. Also, wenn man das so erlebt, und jetzt heißt es, es ist nicht korrekt implementiert, mag alles sein. Aber so wie das gerade ist, hätte ich gesagt, ey, lass doch das so, wie es ursprünglich mal war und knall das hier so rein. Ja, also das hat ja tausendmal angenehmer funktioniert, als das, was hier ständig passiert. Das sind ja Gegner, die werden ja einfach permanent auch immer wieder gespawnt. Ich habe kein Gefühl von einer lebenden Zone. Hatte ich bisher noch gar nicht. Ich glaube, das ist auch ein krasser Punkt, der meine Atmosphäre so runterdrückt in dem Spiel. Ähm, du hattest ja, dadurch, dass ich auch viele Stalker-Videos so, äh, aus den alten Teilen erstellt habe, da, wo du mit der freien Kamera rumgeflogen bist, hast du ja immer schon viele Stalker gesehen, die irgendwo ankamen. Und du wusstest genau, was insgesamt auf diesem Kartenabschnitt los ist. Und das hat sich auch richtig authentisch angefühlt. Die haben sich bewegt. Natürlich kamen irgendwann mal neue Stalker dazu. Ja, aber die wurden dir nicht so hingestellt oder irgendwie so in den Rucksack gesetzt oder was. Da gab es ja dann so auch so Situationen, ja, wenn du jetzt an den Gebietsübergängen warst, dann hast du die ja teilweise kommen sehen, ja, aus Bereichen, die du persönlich nicht betreten durftest, aber die sind da angelaufen gekommen. Das, das hat sich schon so cool angefühlt, ne, das gab dann wirklich, die, die haben die Gebiete noch betreten, richtig. Und wie gesagt, hier, zack, da sind Jeremy und Edward und die beschießen dich jetzt spontan. Nachdem sie dich vielleicht noch durch Gebäudewinde gewittert haben, vielleicht auch durchschießen. Also hier ist ja aktuell alles möglich. Ich glaube, was mich an der Sache am meisten stört, ihr merkt, das ist alles freigesprochen, ich habe hier kein Script oder so, aber ich fühle mich dabei so am Wohlsten, wenn ich das so erzähle, ist einfach der Punkt, dass das mir, dass mir das meiner Meinung nach nicht richtig kommuniziert wurde von den Entwicklern. Ja, dass du immer das Gefühl hattest, man, die nehmen sich noch mehr Zeit und noch mehr Zeit und das, boah, das wird so poliert und ich, ich saß hier, Alter, bin hier fast vom Stuhl gerutscht. Aber ich dachte, Mann, das wird ja dann, das ist es ja dann, Leute, ja. Und dann startet die Sache hier und du hast dich gefragt, was ist denn dann wirklich in dieser Verschiebungszeit passiert? Wie muss denn der Zustand eigentlich gewesen sein, wenn dann auch am Releasetag ein Patch kommt, der genauso groß ist wie das eigentliche Spiel? Oh, das, das, das lässt Gedankenspiel rauben, ne? Es ist wirklich bitter und ich, ich will hier wirklich nicht hetzen, ja. Wie gesagt, die hatten alle Schwierigkeiten. Ich finde dann schwierig, dass mir das dann nicht ehrlich kommuniziert wird und ich aber da über hunderte von Kronen rauspulver, um das vorab zu fördern und kriege dann so ein Produkt. Ich weiß, dass die Arbeiten daran nicht aufhören, ja, dass die das polieren wollen weiter und mit Updates und alles Mögliche versorgen, weil das wissen die auch selbst, dass das nicht die Erfahrung ist, die man haben möchte eigentlich. Es macht Spaß, es macht Spaß und ich spiele es gerne und ich spiele es auch weiter. Ich fühle mich aber gerade so ein bisschen wie in so einem Goken Ubisoft Titel oder vergleichbare Studios, sowas, was ich alles schon seit Jahren nicht mehr anfasse, weil ich es nicht mehr kann. Und ich weiß, das Potenzial ist da und man, jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, Patches kommen logischerweise und die Modder, was die Modder draußen machen, das wird ja die Sahnehaube sein und ja, das ist auch so und ich freue mich da auch gewaltig drauf, aber diese Aussage, so ab Tag des Releases, das hat so einen komischen Beigeschmack, als ob mir Todd Howard von Bethesda erklären will, ja, wir haben jetzt hier ein scheiß Spiel gemacht und ihr könnt das ja ordentlich machen, für eine Zeit habt, so ein bisschen, ne, ich weiß, es ist nicht so gewollt, aber so fühlt es sich gerade an, ähm, viele kleine Schwachpunkte werden ja schon behoben, wobei klein ist das falsche Wort, ich meine, es, das ist das Gesamtpaket, das macht mich auch alle, es ist dieses Balancing, die, die Gegner sehen dich in der Dunkelheit, durch Wände, durch allem möglich, ich versuche schon gar nicht mehr zu schleichen, macht keinen Sinn, die Quests spucken zu wenig Kohle aus, ähm, diese Verhältnisse generell, dieses, diese, ich nenne sie mal Marktwirtschaft im Spiel, das, das haupt, das geht nicht, dass die Gegner einfach, also besonders die Mutanten, einfach viel zu viel, einen viel zu großen, äh, Lebenspool haben, als ich den ersten Blutsauger bekämpft habe, ich habe gedacht, ey, ich friss einen Besen, das kann nicht sein, ich stand über ihm, habe ihm in Kopf und Oberkörper, ein komplettes Magazin gepustet und er rennt fröhlich weiter und baut dann noch eine Picknickdecke auf, war alles okay für ihn, ne, und er kommt wieder, also, ich, dass, dass sowas nicht auffällt, das, das frage ich mich auch, das ist ja so, das ist sonderbar einfach, weil so eine Dinge sind, meiner Meinung nach, könnten schnell beroben sein, sagen wir mal so, das sind ja, ein paar kleine Dateien, Modder haben ja am Tag eins, die konnten dieses Problem beheben, ja, ich warte hier auf einen offiziellen Patch, seit fast einer Woche, aber sei es drum, ich, wie gesagt, ich will hier, dass ich böse, besonders schlecht mache oder so, ich wollte einfach nur mal meine Meinung gerade kundtun und was mir so fehlt, ich kann gar nicht alles ansprechen, weil ich glaube, das wird insgesamt zu viel und ist dann einfach doch ein böses Paket, äh, lassen wir das Ganze einfach erstmal so stehen, bis die ersten großen Patches das alles beheben, sind das ja sowieso alles keine Fehler, sondern Anomalien, das wissen wir ja alle, und, ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei geblieben seid, ihr könnt mir einfach mal eure Meinung dazu mitteilen, wie ihr das seht, es gibt ja auch Leute, die brechen das Spiel so lange ab, bis es halbwegs vernünftig rennt, ne, was ich bei manchen Sachen auch verstehen kann, und, ja, dann sehen wir uns bei einem der weiteren Stalker-Videos wieder, oder bei anderen Projekten, ja, habt einen schönen Abend oder Tag, wann auch immer ihr schaut, haut rein, bis dann. Ciao, bei allen, 밤 tyre, bis dann. Vielen Dank.